Hallo! Ich bin der Tobi. Ich bin die Juliana. Sie spricht die Ran. Er spricht den Conan und die Chigichi. Und zusammen sind wir Ran und Conan und Chigichi. Ja! Und zusammen machen wir Detektiv Conan? Ja. Und wünschen euch... Ganz viel Spaß! Ja! Voll! Tschüss! Aua! Du bist doof. Du grinst wie ein Pfannkuchen. Bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Nein, bin ich nicht. Nur weil du alle Fälle aufklärst, bleibt für meinen Vater, den Privatdetektiv, nichts mehr übrig. Aber sauer bin ich deshalb auf dich nicht. Ich finde, es ist seine eigene Schuld, wenn er nichts zu tun hat. Er lastet eben keine gute Arbeit. Ich habe doch gesagt, ich nehme dir deinen Erfolg nicht übel. Den Titel als Teamchefin der Karate-Mannschaft trägst du zurecht, übrigens. Aber sauer bin ich auf der Septik nicht. Aber normal war nicht sauer, oder? Nee. Ich habe doch... Ich habe doch gesagt... Nein! Nochmal! Aua! Du bist doof. Ich kann nicht. Aua! 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 Lass mich erst mal notgeil lachen. Nur weil du alle Fälle aufklärst, bleibt für meinen Vater, dem Privatdetektiv, nichts mehr übrig. Aber sauer bin ich das auf dich nicht. Aua! Oua! Aua! Aua! Hmmm! Ich denke mir nur, wann schlägst sie denn mal? Ich dachte gerade, ich könnte den Text schon auswendig und wollte doch mal hingucken. Nach dem Motto... Nee, ich kann doch nicht. Ah! Entschuldige mal. Du bist doof! Du grinst wie ein Pfannkuchen. Ich soll ja eine Oua machen. Aua! Das war's.